Willkommen zurück und ich habe hier alle meine Freunde eingeladen, alle Felgenreiniger und Flughaustentferner, die ich hier so in meiner Halle zur Verfügung habe. Ihr seht, das ist ein ganz schön großer Haufen, eine richtig große Meute und ich habe ja für euch schon diesen Materialverträglichkeitstest durchgeführt an dieser Aluminiumplatte oder an den kleinen Plättchen. Schaut euch das gerne nochmal an. Heute möchte ich mal ein ganz wichtiges Thema hier ansprechen bei diesen Felgenreinigern und Flughaustentfernern. Es ist nicht nur entscheidend, was die kosten und wie viel drin ist, sondern das Gesamtpaket muss stimmen. Ich habe ja hier mit diesen Reinigern schon viele Videos gedreht und auch schon viele Tests und Vergleiche durchgeführt. Und heute in dem Video möchte ich mal gemeinsam mit euch schauen, wie sieht es denn aus mit dem Sprühbild, wie sieht es aus mit dem Verbrauch pro Sprüher oder pro 5 Sprüher. Da werde ich euch dann meinen Testprozedere noch zeigen und wie viel haben wir denn zur Verfügung und wie oft können wir sprühen für das Geld, was wir zahlen müssen. Das mit dem Preis ist natürlich immer schwierig, weil manche Reiniger sind im Angebot, manche sind wieder nicht im Angebot, manche sind relativ neu, andere sind schon länger auf dem Markt und da schwanken die Preise. Deswegen müssen wir dann das Kostenthema so ein bisschen in Klammern sehen, weil die Preise bei jedem Reiniger immer wieder schwanken und da sind das keine Werte, die über die nächsten 5 Jahre immer gleich bleiben. Aber das Sprühbild ist mega interessant und wie viel verbrauchen wir denn, wenn wir hier auf der Felge arbeiten? Das alles, wenn wir jetzt in dem Testprozess herausfinden, wird wieder ein bisschen theoretisch und auch ein bisschen wissenschaftlich in meinem Rahmen der Möglichkeiten. Aber ich denke, das wird mega interessant und da können wir schon direkt loslegen und ich erkläre euch erstmal, wie ich mir das so vorgestellt habe. Los geht's! Und jeder Reiniger hat ja ein eigenes Sprühbild mit dem entsprechenden Sprühkopf. Wir haben zum Beispiel hier den typischen Sonax Sprühkopf, wir haben zum Beispiel den Liquid Elements Sprühkopf, den Deacon One. Den Sprühkopf finden wir zum Beispiel auch auf anderen Flaschen, wie zum Beispiel hier dem P21S High End. Ob die wirklich komplett gleich sind, weil die sehen ja erstmal komplett gleich aus, nur halt andere Farbe. Und ob die hier immer dasselbe Sprühbild geben, ist natürlich dahingestellt, weil der Inhalt natürlich auch eine unterschiedliche Viskosität aufweist. Also wir haben sehr gelartige Reiniger, wir haben auch sehr flüssige Reiniger. Und wie arbeiten die jetzt zusammen mit dem Sprühkopf? Wir werden zwei Sachen testen. Einmal hier, immer mit demselben Abstand auf unsere Testoberfläche. Im Prinzip ist das einfach nur ein Stück Pappe und da kann ich dann schön das Sprühbild mir anschauen mit euch gemeinsam. Und wir werden auch genau schauen im Anschluss hier mit dem Messbecher, wie viel Felgenreiniger kommt denn hier vorne raus bei fünf Sprühern. Das werde ich immer mit fünf Sprühaktionen messen und dann einfach durch fünf teilen und dann den Mittelwert bilden. Und dann haben wir ungefähr die Milliliter Menge, die rauskommt hier vorne pro einmal drücken. Und da können wir auch schön dann nochmal später in der Grafik sehen, welcher Felgenreiniger sprüht denn relativ viel raus. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, was aber negativ zum Beispiel ist, wenn er relativ viel raussprüht und es kommt einfach nur auf so einen kleinen Trefferpunkt. Also das wäre natürlich blöd, weil dann müssen wir ganz, ganz oft sprühen, ganz, ganz oft drücken, 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 drücken. Und wenn natürlich auch viel rauskommt, haben wir einen sehr hohen Verbrauch. Und ich denke mal, da werden wir richtig schöne Ergebnisse bekommen. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Und ich bin fest der Überzeugung, dass ich eigentlich alles hier passend auch vorbereitet habe. Das heißt, ich demonstriere euch das jetzt einmal hier am Felgenbiest. Ich werde auch die Flasche vorher nochmal wiegen und nachher wiegen. Da haben wir nochmal die Menge in Gramm. Und damit das richtig gut funktioniert, muss der ganze Sprühkopf hier mit Felgenreiniger gefüllt sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn jetzt der gesamte Sprühkopf gefüllt ist, mache ich das folgendermaßen. Ich sprühe fünfmal in den Messbecher rein. Ich lasse das in Ruhe ablaufen. Und im Anschluss nehme ich den Abstand und schaue mir jetzt nochmal das Sprühbild an mit euch. So, und dann warten wir ein paar Sekunden, bis das einzieht. Und dann sehen wir schön, dass der hier wie so ein Dreieck ausbildet. Sieht aus wie so ein Kopf. Da sehen wir schön das Sprühbild, also nicht schön rund, sondern sehr zentral hier in der Mitte. Da haben wir sehr viel Anteil. Und hier oben nach rechts und links geht so ein bisschen Nebel weg und hier unten. Also damit können wir auch die verschiedenen Sprühbilder uns anschauen. Und da wird jeder Felgenreiniger hier in demselben Abstand immer auf so eine Oberfläche schießen. Ich wechsle dann natürlich auch die Pappen aus. Also es ist sehr, sehr aufwendig. Lassen wir das noch ein bisschen zusammenlaufen. Und auch hier machen wir jetzt wieder denselben Test mit dem gleichen Abstand. Und schauen uns einfach mal das Sprühbild an. Und da sehen wir schon, jetzt hier einfach mal im Vergleich der Sprühkopf vom Kochchemie, Magic Wheel Cleaner. Relativ viel, auch sehr flüssig, im Gegensatz zum Sonax, der hier noch so ein bisschen Seidenbahn aufweist. Also echt spannende Sache. So und hier machen wir das genauso. Erstmal fülle ich hier den Sprühkopf. Dazu gehe ich auf Spray hier oben. Ich nehme meinen Behälter rein. Jetzt machen wir erstmal hier unseren Testsprüher mit unserem Abstand. Und da sehen wir schon folgendes. Also der hat wirklich einen sehr breiten Spray. Der geht hier über diese ganze Oberfläche. Das färbt sich noch ein bisschen weiter ein. Und jetzt können wir auch noch mal messen. Vorher ist der K2 Rotor Pro bei 1138. Und wenn wir jetzt fünfmal hier sprühen, können wir jetzt direkt noch mal messen. Und da sind wir bei 1133,5. Und hier sind wir beim Verbrauch bei vier Milliliter. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Das heißt, sehr geringer Verbrauch, weil ihr seht es auch hier, sehr breiter Spray. So und ich mache das jetzt immer weiter hier mit allen Reinigern. Das wird echt mega zeitaufwendig. Ich habe jetzt drei geschafft und nehme jetzt hier den nächsten, einfach mal hier den Dustcracker. Den können wir ja mal noch nehmen und dann mache ich ruhig den Zeitraffer los. Und können jetzt einmal abdrücken. Und da seht ihr, es kommt richtig viel raus beim Dustcracker Extreme. Das können wir jetzt wieder ein bisschen einwirken lassen. Dann stelle ich das hier auf die Waage drauf. Ist ja alles auch schön gefüllt und eingestellt. Da haben wir 818,1. Und jetzt sprühe ich hier fünfmal in meinen Messbecher. Kann wieder draufstellen. Und dann haben wir jetzt ein Gewicht von 811,4. Und ihr seht auch hier vom Sprühbild her, sehr zentral. Und das ist ja schon ein relativ großer Abstand hier. Und da sieht man ganz klar, dass man dann mit so einem Felgenreiniger mehrmals hier in den Ecken arbeiten muss. So und jetzt denke mal, das ist jetzt genug Erklärung hier für euch. Das wird jetzt hier mega aufwendig werden. So und jetzt können wir schon mit der Auswertung beginnen. Zwischen dem ersten Videoteil und dem jetzt liegen bestimmt ein bis zwei Tage nochmal. An Auswertungszeit alles dann hier nochmal schön in Tabellen und Diagramme eingefügt und ausgerechnet. Also es war sehr, sehr viel Arbeit. Und das für ein einziges Video. Ich hoffe, ihr findet das richtig cool von mir. Deswegen gerne hier einen Daumen nach oben da lassen. Insgesamt muss man ganz klar sagen, dass verschiedene Sprühköpfe natürlich auch verschiedene Sprühbilder erzeugen. Und wir haben auch beim Verbrauch ganz unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe euch alles nochmal hier in so einer Tabelle dargestellt. Blende ich euch dann immer an den passenden Stellen ein. Aber interessant sind eigentlich diese Diagramme. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, bevor wir hier zu den Werten kommen. Wir nehmen mal den Koch Chemie Reactive Rust Remover und den Magic Wheel Cleaner. Beide mit demselben Sprühkopf. Ich sprühe auch nochmal einmal hier rein jeweils. Sind beide auch schon soweit vorbereitet. Und auf der linken Seite jetzt den RRR und auf der rechten Seite den MWC. Ich versuche mal hier die Abstände gleich zu wählen. Und das reicht schon als perfekte Demonstration. So einfach ist es und es funktioniert jedes Mal und immer wieder. Hier auf der rechten Seite beim Magic Wheel Cleaner haben wir einmal sehr, sehr viel Menge, die rauskommt bei einem Sprüher. Und wir haben ein sehr zentrales Sprühbild. Was heißt das? Ich nehme es jetzt mal als Beispiel hier für alle anderen Reiniger auch. Wenn das Sprühbild sehr zentral ist oder sehr rund und auf einer kleinen Fläche, müsst ihr viel bewegen, viel sprühen, damit ihr die ganze Felge oder den ganzen Lackbereich einsprühen könnt. Je nachdem, ob es ein Felgenreiniger ist oder ein Flugrostentferner. Und das ist eigentlich von Nachteil. Und das sehen wir auch hier beim Sprühbild sehr zentral, sehr viel auf eine Fläche. Das heißt, damit auch hoher Verbrauch insgesamt. Ich habe es jetzt noch ein bisschen einwirken lassen und jetzt sehen wir schön den Unterschied zwischen dem MWC und dem RRR vom Sprühbild her. Und das kommt auch immer auf die Viskosität des Reinigers an, weil der Sprühkopf ist ja der gleiche. Also insgesamt hat sich hier die Menge bei 4, 5 bzw. 6 ungefähr Milliliter eingeordnet. Dann haben wir schon die etwas verbrauchsstärkeren Felgenreiniger und Flugrostentferner hier mit 7 Milliliter, 8 Milliliter und sogar 9 Milliliter beim Dr. Wack Power Gel. Da kommt echt viel raus und ich will es euch nicht nur sagen, sondern ich will es euch auch nochmal hier zeigen, richtig. Mache ich aber nicht mit jedem Reiniger, sonst wird das Video einfach unnötig lang. Ich zeige es euch aber jetzt nochmal. Hier vorher so weit öffnen, dass was rauskommt. Das ist so der erste Moment. Das heißt, wir haben auch den breitesten Spray. Wenn wir noch weiter aufdrehen, haben wir nur noch einen gezielten Strahl. Und ich schieße mal hier oben hin. Auch wieder ungefähr mit demselben Abstand von vor uns. Und da seht ihr auch hier sehr viel rote Farbe und auch sehr viel Schaumanteil, also sehr viel Menge. Und insgesamt war das ein Reiniger, wo halt wirklich viel Produkt rauskommt. Und auch da haben wir einen ähnlich breiten Spray wie beim Magic Wheel Cleaner, auch sehr zentral. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr verlebelt. Aber das liegt einfach daran, dass es ein sehr gelartiger Reiniger ist. Und da ist dieser Sprühkopf hier nicht unbedingt die beste Wahl für dieses Gel, wenn man das breit versprühen will. Und hier nochmal ein Extrembeispiel beim Angel Wax Bilberry. Hier musste ich auf 30 cm rangehen, weil der Sprühnebel so fein ist. Also hier kann ich mehrmals sprühen. Der ist so ultrafein. Schön ist natürlich an diesem Sprühkopf, ihr könnt das super dosieren. Habt immer einen extrem geringen Verbrauch. Und habt aber gleichzeitig einen schönen Nebel und habt damit einfach nicht unnötig viel Reiniger, der nach unten läuft und dann schon bei der Felge über den Gummi läuft und unten auf den Boden aufkommt. Das bringt uns Reiniger, der nach unten läuft ohne Ende. Und dann von der Felge und dem Reifen runter läuft und nichts mehr anlösen kann. Ist natürlich auch so ein Nachteil. Deswegen hier, das ist natürlich vom Verbrauch her super. So und jetzt zu den Tabellen. Ich nehme sie mir hier zur Hand und ihr habt sie jetzt auf dem Bildschirm. Schauen wir uns die erste Tabelle an mit den Verbräuchen. Ich habe es ja gerade gezeigt. Autofinesse Iron Out und der Angel Wax Bilberry verbrauchen bei 5 Sprühern 1,5 Gramm. Und das ist natürlich super wenig. Super geringer Verbrauch. Auch als erstmal an Masse des Reinigers. Diese Grammzahlen zeigen schön, wie viel Reiniger bei 5 Sprühern aus der Flasche rausgeholt wird. Ist jetzt erstmal nicht so entscheidend auf die Gesamtmenge, sondern eher im Vergleich. Das heißt hier Autofinesse Iron Out und Angel Wax Bilberry mit 1,5 und 1,55 Gramm verbrauchen extremst weniger als zum Beispiel Shiny Garage Detox. Sonax Felgenbiest. Sonax Felgenreiniger Plus in Blau. Oder zum Beispiel auch der Kochchemie Magic Wheel Cleaner, den wir jetzt hier gerade dazwischen hatten. Oder der Use Felgenreiniger. Hat auch sehr, sehr viel Füllmenge abgegeben. Genauso auch der Liquid Aluminous Deacon 1 und Dr. Wax Flugrost Entferner. Und ich denke mal insgesamt können wir hier schön gut einschätzen, wie viel wir eigentlich an Produkt auf die Felge drauf geben. Und jetzt muss man sich das Sprühbild anschauen. Das heißt, wenn so ein Felgenreiniger viel Menge abgibt, ist das ja erstmal noch nicht von Nachteil. Es wird zum Nachteil, wenn das Sprühbild sehr zentral ist. Das heißt, wir haben einmal pro Sprüher viel Produkt, was rauskommt und gleichzeitig nur auf einer kleinen Fläche auftrifft. Was heißt das? Wir müssen viel, viel sprühen, um unsere 19, 20, 21 Zoll Felgen, was auch immer ihr da zu Hause habt. Oder auch um den Flugrost Entferner auf einer großen Fläche zu verteilen, müssen wir viel, viel, viel sprühen. Und dann haben wir überall diese großen Flatschen auf dem Lack oder auf der Felge und das läuft nach unten. Und wir haben keinen schönen breiten verteilten Teppich, das was wir ja wollen. Deswegen heißt nicht unbedingt hoher Verbrauch automatisch schlecht, sondern man müsste es immer in Bezug auf das Sprühbild sehen. Und wir haben hier zum Beispiel das Sonax Felgenbiest mit 9 Gramm pro 5 Sprüher, was sehr viel ist. Aber das Sprühbild, was ich euch jetzt mal einblende, ist eigentlich richtig gut. Das heißt, wir haben keinen zentralen Punkt, sondern beim Sonax Felgenbiest war das wirklich so ein richtig verrücktes Gebilde. Also der Sprühkopf verteilt das in so einer Dreiecksform, finde ich eigentlich in Ordnung. Deswegen ist das Sonax Felgenbiest auf keinen Fall jetzt hier schlecht oder so, nur weil es einen hohen Verbrauch hat. Sondern es wird halt auf einem relativ großen Bereich sehr, sehr viel Produkt aufgetragen. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht so oft sprühen, um die ganze Felge einzusprühen. Nachteilig wird es halt, wie gesagt, wenn viel Produkt rauskommt und es trifft auf so eine ganz kleine Fläche und läuft dann hier nach unten. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Und hier muss jetzt jeder von euch selber entscheiden, welches Produkt für euch am besten geeignet ist. Und ihr habt erstmal hier mit dieser Übersicht eine schöne Einschätzung, wie viel Produkt kommt denn für 5 Sprüher raus. Ihr könnt das auch auf einen Sprüher jetzt runterrechnen an Gramm. Aber das ist eigentlich unerheblich, weil die Balken würden sich ja im Verhältnis zueinander nicht verändern. Deswegen habe ich es jetzt hier für 5 Sprüher genommen. Weil ihr sprüht ja meistens mehr als einmal auf die Felge oder einmal auf den Lack. Ihr sprüht ja immer mehrmals. Und da sind 5 Sprüher nicht ausreichend. Ich denke mal so 10 bis 15 werde ich auf jeden Fall sprühen, um alles zu erwischen. Und da werden die Verbräuche natürlich auch überall noch in die Höhe gehen. Aber ihr habt nochmal einen schönen Vergleich bei dem blauen Diagramm oder mit den blauen Balken, wie so die einzelnen Verbräuche sind. Und da haben wir viele Felgenreiniger und Flugrostentferner im Bereich so ab 4 bis 7, maximal 8, die eigentlich alle relativ gleich viel verbrauchen. Und das ist ja schon mal ein gutes Bild. Wir haben nicht so starke Abweichungen. Wir haben aber wirklich so ein paar Reiniger, die halt viel Produkt abgeben, wie zum Beispiel Sonax Felgenwies oder Sonax Felgenreiniger Plus in der blauen Flasche. Und wir haben aber auch zum Beispiel Produkte wie Autofinness Iron Out mit dem passenden Sprühkopf halt, Angel Wax Bilberry und auch G&Iron, die sehr, sehr fein vernebeln. Also das muss man echt sagen. Deswegen nehmen wir uns nochmal den G&Iron zur Hand. Und wenn ich jetzt hier drauf sprühe, habt ihr einen ganz, ganz feinen Nebel, einen ganz feinen Spray und auch eine schöne Verteilung. Also der gesamte obere Bereich ist jetzt hier eingesprüht. Und ihr seht es auch hier an der Farbintensität. Hier kommt bei Weitem nicht so viel Reiniger raus, wie zum Beispiel hier unten beim Kochchemie Magic Wheel Cleaner, der viel Produkt abgibt, aber auf eine kleine Stelle. Finde ich persönlich nicht so gut. Dann lieber etwas weniger Reiniger oder wenigstens annähern zu viel, aber dafür ein breiterer Spray. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und hier haben wir jetzt einmal die Milliliter. Das erste war Gramm auf fünf Sprüher und das sind Milliliter pro fünf Sprüher. Und da haben wir beim Angel Wax Bilberry und Autofinness Iron Out nur ein Milliliter verbraucht bei fünf Sprühern. Und das liegt einfach an diesem unheimlichen Feinspray. Deswegen, wenn ich hier raufsprühe, das kommt nicht mal sichtbar hier auf der Fläche an. Also es hinterlässt keinen großen Sprühteppich, sondern es ist nur so ein ganz feiner Reinigerfilm, der sich auf den Dreck rauf legt. Und das ist beeindruckend. Also die verschiedenen Sprühköpfe liefern auch verschiedene Ergebnisse und völlig verschieden sogar. Dann haben wir hier zum Beispiel auch noch sehr, sehr gut im Milliliterverbrauch. Auch G&Iron und auch Tuga Aluteufel Rot. Also der rote Aluteufel ist von der Konsistenz her ein bisschen anders als der grüne. Und schon habt ihr wirklich einen sehr geringen Milliliterverbrauch. Nur drei Milliliter bei fünf Sprühern. Also super im Verbrauch. In Verbindung mit dem Reiniger natürlich und dem Sprühkopf. Sehr, sehr schön. Dann haben wir zum Beispiel auch hier mit vier Milliliter Chemical Guys Sticky Citrus, Dodo Juice, Fireball, K2, Roton Pro mit der Flasche zum Beispiel jetzt. Metallic Mike, Felgenreiniger, Tuga Chemie, Aluteufel Grün auch mit vier Milliliter. Ist eigentlich fast gleich mit dem Tuga Rot. Aber ein Milliliter mehr verbraucht, aber trotzdem mit vier Milliliter super gering. Also für fünf Sprüher, ihr habt sehr, sehr wenig Verbrauch und könnt viel, viel sprühen und viel nutzen. Natürlich eine schöne Sache. Dann fünf Milliliter hier ADBL Vampire Liquid. Genau, mit dem geht es los. Dann Auto XS, hier Felgenreiniger, Dr. Wack, Flugrostentferner auch da. Der arbeitet wieder ein bisschen besser vom Verbrauch her. Koch Chemie, Reactive Rust Remover. Also ihr könnt euch das alles hier auf der Tabelle nochmal in Ruhe anschauen. Sehr, sehr schön zu sehen. Dann haben wir so ein bisschen das Mittelmaß oder wo es dann schon ein bisschen mehr wird. Hier beim Holy Hole zum Beispiel oder beim Evo 1 Red Star Liquid Elements Deacon One. Kommt auch relativ viel an Produkt raus. Liquid Elements Dustcracker, auch da kommt viel Produkt raus in Millilitern. Auch der Dustcracker Extreme. Shiny Garage Detox, Sonax Felgenbeast. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Nicht nur beim Grammwert her sehr viel, sondern auch bei den Millilitern. Geht es dann schon Richtung 7 Milliliter bei 5 Sprüher. Use Felgenreiniger, Koch Chemie, Magic, Wheel Cleaner. Ihr seht es hier. Sehr, sehr viel Produkt. Dann haben wir Dr. Wack High End. Kommt auch ziemlich viel Produkt raus. Dr. Wack Power Gel hatte ich euch schon gezeigt. Wir können uns mal Sonax Felgenreiniger Plus anschauen. Hier nochmal einen Test machen. Gehen wir mal daneben hin. Auch wieder hier genau derselbe Abstand. Da haben wir auch wieder diese typische Dreiecksform, die ich vorhin angesprochen hatte. Also in solche Drittel teilt sich das ein. Wir haben hier wirklich einen relativ hohen Flüssigkeitsverbrauch pro Sprüher. Und wenn wir jetzt 5 mal sprühen, haben wir natürlich auch viel Produkt auf der Felge drauf. Und das könnt ihr halt in dieser Tabelle oder beziehungsweise in diesem Diagramm sehr, sehr gut sehen. Und jetzt kommt es darauf an. Jetzt müsst ihr für euch euren Lieblings Felgenreiniger finden. Nicht nur von der Reinigungsleistung her, sondern auch von der Flasche her, beziehungsweise von der Füllmenge her, vom Preis her, vom Sprühbild. Was haben wir denn noch? Als letztes Beispiel hier nehmen wir mal den Liquid Elements Dustcracker Extreme. Habe ich den hier irgendwo stehen? Und dann sprühe ich jetzt einmal hier wieder drauf, vom selben Abstand. Und der hat zum Beispiel ein sehr zentriertes Sprühbild und auch einen ziemlich hohen Verbrauch auf diese kleine Fläche. Das sehen wir nochmal hier schön. Und da läuft jetzt auch schon das gelartige Gemisch nach unten. Also ich denke mal, die Ergebnisse lassen sich auch immer wieder nachvollziehen. Das habe ich auch für mich nochmal überprüft, dass das hier keine Eintagsfliegen sind. Deswegen habe ich auch immer fünfmal gesprüht und vorher auch den Sprühkopf richtig gefüllt, damit die Ergebnisse auch so sind, dass man damit arbeiten kann. Und nicht der Sprüher hier fünfmal ein anderes Sprühbild zeigt. Das war bei keinem so. Also bei fünf Sprühern war das auch immer komplett identisch. Deswegen können wir die Ergebnisse auf jeden Fall nutzen. Jetzt sehen wir es auch nochmal hier schön. Gut, das waren ein paar passende Beispiele. Schaut euch jetzt nochmal in Ruhe, wie gesagt, die Diagramme an und zieht euren Schluss daraus. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, welchen Felgenreiniger nutzt ihr. Und die verschiedenen Ergebnisse der Sprühbilder blende ich euch jetzt am Ende des Videos nochmal ein. Und da schreibe ich immer dazu, sehr zentriert, sehr schön flächig und so weiter, damit ihr das gut nachvollziehen könnt, welcher Reiniger hat welches Sprühbild. Ich habe immer versucht, denselben Abstand zu wählen und es hat auch super geklappt. So, bis dahin, das war viel Erklärung bei diesem Video. Und ich denke mal, das war jetzt ausführlich. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ansonsten, wie immer, gerne hier einen Daumen nach oben dalassen, das Video teilen und es kommen noch weitere Tests mit verschiedenen anderen Reinigern und Produkten. Auch hier so ein bisschen theoretischer und ein bisschen wissenschaftlicher, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, das gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Abo da und Daumen, wie immer, nicht vergessen. Haut rein, euer Sebastian von Xanderfair und viel Spaß beim Sprühen. Ciao. Ciao.